Wenn Tradition auf Moderne trifft, dann sind Generationenkonflikte manchmal vorprogrammiert, vor allem im Familienunternehmen. Barbara Kalich, Talk um vier. Meine Gäste halten schon seit einigen Generationen den Herausforderungen des Familienbetriebs stand. Herzlich willkommen Ihnen. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Christina betreibt in zweiter Generation ihr Tierkrematorium. Als Kind wurde sie für den Beruf ihrer Eltern oft ausgelacht. Dennoch hat sie sich der Herausforderung gestellt und den Betrieb übernommen. Um die Existenz zu sichern, stellten die Eltern von Melanie ihren Hof von Rinder auf Schafzucht um. Sie geht nun einen Schritt weiter und poliert das Image des Familienbauernhofes neu auf. Carolines Betrieb gibt es seit über 100 Jahren. Sie ist in der Stickerei groß geworden und das Unternehmen liegt ihr sehr am Herzen. Sie arbeitet rund um die Uhr, um das Erbe ihrer Großeltern auch weiterführen zu können. Io und Ichi sind wahre Hingucker, wie man sehen kann. Die Kunstzwillinge haben das alte Dorfgasthaus der Oma vom Verkauf gerettet und im neues, buntes Leben eingehaucht. Als Teil der queeren Community möchten sie einen Raum für alle Menschen schaffen. Und Julia hat nach einem schweren Schicksalsschlag das Familienweingut von heute auf morgen übernehmen müssen. Mit neuer Energie startet sie nun in eine große Zukunft. Meine Lieben, ihr seid sozusagen die nächste Generation von Familienunternehmen, die sehr erfolgreich quasi begonnen haben. Und oft war es dann so ein Thema, soll man weitermachen oder nicht? Ihr habt euch alle entschieden, es zu tun. Wir werden heute ein bisschen über die Vor- und die Nachteile sprechen. Ich mag gleich mit euch beginnen, weil sich natürlich viele fragen, Hä? Was ist da los? Die Zwillinge, ihr und Ichi. Wie, was, wann? Wieso seid ihr gleich angezogen? Weil ihr seid so keine Zwillinge, ne? Nein. Also ihr seid schon Zwillinge, aber nicht von Geburt her. Wir sind ein Paar. Und wir spielen Zwillinge. Ihr spielt Zwillinge. Und das ist entstanden aus unserer künstlerischen Arbeit heraus, wo wir das Medium des Doppelten genutzt haben, um unsere künstlerische Figur quasi noch sichtbarer zu machen. Daraus ist auch die Idee entstanden, ein bisschen, wie eine künstlerische Langzeitstudie, dass man die Individualität in der Uniform neu denken muss. Und das sind ganz neue Möglichkeiten offenbart. Wenn man euch so ansieht, würde ich eher denken, ihr seid in einer Großstadt beheimatet, wie New York, London, Berlin, Wien. Aber nicht da, wo ihr jetzt zu Hause seid. Nein, wir sind jetzt, wir haben, das Leben hat uns in ein 400-Seelen-Dorf gebracht, nach Trahütten in die Steiermark. Und diese Outfits zum Beispiel sind eben die alten Tischtücher aus unserem Gasthaus, noch von der Oma, die wir gemeinsam mit einer Schneiderin bei uns im Dorf uns zu unseren Outfits schneidern haben lassen. Und vielleicht so die Überleitung zu unserem Familienbetrieb. Also grundsätzlich war das, ist meine Großmutter ganz plötzlich verstorben, 2003. Und da war ich noch jung und habe auch kurz davor meinen Vater verloren. Und sie hat mir eigentlich immer, wollte sie, dass ich mal das Gasthaus übernehme. Ich habe bei ihr in den Ferien immer kochen gelernt. Und dann hat sie ihr Testament auf einen Kellnerzettel geschrieben, also früher. Und das haben dann aber der erweiterte Verwandtenkreis, weil das auch jetzt ganz plötzlich passiert ist, damals nicht akzeptiert. Und bei mir war das so, dass ich gerade die Aufnahmsprüfung für die Akademie der Bildeten Künste in Wien geschafft habe und kurz vor dem Beginn meines Kunststudiums war. Und ich habe auch nicht die Kraft gehabt, dafür zu kämpfen und habe dann einfach gesagt, na ja, dann macht es heute. Und dann war das Haus eben immer wieder vermietet als Selbstversorgerhaus. Und es war eben auch nicht mehr in unserer Hand. Und dann haben wir uns endlich nach 15 Jahren darauf geeinigt, als Familien, als Erbgemeinschaft, dass das Haus verkauft werden soll. Und dann war das ein langer Prozess. Also so eine Immobile verkauft sich auch nicht leicht. Und dann ist der Käufer dann nach einem Jahr Prozess abgesprungen. Und dann hat endlich die Verwandtschaft eingesehen. Wenn es jemand aus der Familie macht, dann brauchen wir jetzt nicht die Millionen, sondern geben uns mit ein bisschen weniger zufrieden. Wir waren gerade in einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen uns neu ausrichten, neu orientieren und uns neu erfinden. Und wir als KünstlerInnen brauchen immer viel Platz und so weiter. Und das war Ende 2019. Und dann haben wir dazu gesagt, haben mitten im ersten Lockdown unterschrieben. Ich wollte gerade sagen, die Pandemie kam eigentlich entgegen. Dann kam die Pandemie, wir hatten ein Stipendium für Mexiko, hatten den Abflug, der wurde gecancelt. Und dann waren wir mal zwei Jahre in diesem Haus. Und dann haben wir einfach gemerkt, was da meine Großeltern oder besonders meine Großmutter da aufgebaut hat. Da ist ja so viel da. Und das Haus hat eher uns gefunden und gesagt, ich will eigentlich wieder einen Ort des Lebens, ein Ort für Ferien, für Urlaub, für Sommerfrische werden. Und so sind wir dann dazu gekommen und dann sind wir in uns gegangen und haben gesagt, wie können wir das machen? Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Ichi, du bist ja kein gebürtiger Österreicher. Nein, ich bin ein Piefke. Wie fühlst du dich jetzt da im 400-Seelen-Dorf auf wie viel Höhenmeter? Tausend. Tausend, ja. Ich fühle mich wirklich großartig. Ich bin da angekommen, der Io hat mir das gezeigt und hat ihr gesagt, wir fahren da jetzt einfach mal vorbei und du musst dann gucken, ob du dich da wohlfühlst. Und ich habe mich sofort wohlgefühlt und habe gesagt, ja, das machen wir. Und seitdem sind wir dort und wir sind schon sehr schön in der Gemeinschaft integriert. Wir machen auch ganz viel fürs Dorf. Wir machen Dorffeste, Kulturveranstaltungen. Und so haben wir immer mehr Leute kennengelernt. Und das Glück ist ja, den Io kennen sie ja schon, seit er Kind ist. Und so war das auch leichter für mich da anzukommen. Aber interessant ist, dass du eben Io nicht wirklich immer das Gasthaus übernehmen wolltest. Weil da kam ja dieser Weg, Kunst zu studieren. Und dann kamst du über Umwege zurück. Weil die Julia wollte ja eigentlich schon als kleines Kind das werden, was der Papa gemacht hat. Genau. Winzerin. Seit dem Kindergarten, ja. Da habe ich mir seit dem Kindergarten in den Kopf gesetzt, dass ich unbedingt in die Weinbüschule nach Klosternauber gehen möchte. Und ja, wir haben mittlerweile, also wir haben seit über 35 Jahren in Heuringer. Und da war eigentlich immer naheliegend, dass er ganz gern was mit Tourismus machen möchte. Habe dann auch noch Tourismus-College gemacht. Und ja. Da sieht man dich jetzt mit dem Papa im Weingarten, gell? Du warst noch ganz klein, hast du gesagt, Papa kann auch eine Frau Wein machen oder Winzerin werden. Oder Winzer werden, hast du wahrscheinlich gefragt, ne? Weil ich einfach diese Bezeichnung so wunderschön gefunden habe. Und das damals für mich einfach schon so faszinierend war, als Trauben Wein zu machen. Ja, und der Papa ist dann ganz plötzlich vor drei Jahren verstorben. Und dann musstest du sehr schnell da quasi reinwachsen. Also dieser berühmte Sprung ins kalte Wasser. Genau. Du willst uns gleich erzählen, wie das war, weil da fragt man sich das schon, wie hat das der Papa gemacht, ne? Also man fragt sich dann schon beim Wein. Ich weiß nicht, wie das bei der Caroline war. Du hast ja die Oma und die Mama gut beobachten können, gell? Genau. Ich habe meinen Kindergarten, genau, neben der Firma von meiner Oma gehabt. Und das war mein, also nach dem Kindergarten meine Tagesstätte sozusagen. Also ich bin dort im Betrieb auf und ab, habe Schachteln bebiegt und Ketten aufgemacht und habe denen beim Montieren zugeschaut und denen beim Sticken. Oder wenn Kunden gekommen sind, dann habe ich auch als junge Tochter auch mit zehn Jahren dann sticken müssen vor allem. Wann hast du das nicht gelernt? Wie alt hast du das gelernt hast? Wie haben Sie in der Volksschule gelernt? Genau. In der Volksschule. Aber das Petty Point ist ja wuzi-wuzi klein. Also da sind ja 225 Stiche auf einem Quadratzentimeter, damit man sich das mal vorstellen kann. Also da muss man schon mit Lupe stichen. Stichen. Aber ist das per Hand gemacht alles? Ja, das ist alles per Hand gemacht. Es ist keine Maschine, außer wenn wir eine Handtasche machen, dann brauche ich natürlich eine Nähmaschine, um die Stickerei in den Stoff zu nehmen. Ja, ja, ja. Aber ich kann mir vorstellen, das ist so schön, ich kann mir vorstellen, ich habe so eine Tasche von meiner Oma geschenkt bekommen, ist uralt, dass das sehr meditativ ist. Ja, es ist wie anstatt Fernsehen. Also man macht das als Hobby. Ich selber schaffe leider nur mehr Einzelstücke anzufertigen, weil mir die Zeit fehlt. Aber für Monogramme oder so was, Einzelbestellungen, dann nehme ich mir die Zeit, entwerfe das Muster, weil jedes Stickmuster, also jede Stickerei hat ein Muster vorher. Das ist nicht aufgeprägt auf dem, wo man stickt, sondern man hat ein Bild, da zählt man die Punkte und dann zählt man die Punkte auf dem Netz. Wie gut, dass dir dein Job entgegenkommt. Der zweite, nämlich du bist Ingenieurin, ne? Genau. Ich habe eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen. Ich bin in die HTL gegangen und Elektroingenieur geworden. Genau. Hat doch was Technisches mit Zahlen und so zu tun, da kommt die diesem Netz. Mathematik ist besser als die Sprache bei mir. Und das würde sich nicht ausgehen, nur die Stickerei zu betreiben? Seit Corona leider nicht mehr. Also Corona hat, wir waren nur auf Tourismus ausgelegt. Also meine Mama und meine Oma haben nur auf Tourismus, eigentlich waren sie. Und dann kam Corona und dann war kein Tourist mehr da. Und wir haben, also ich habe erst umdenken müssen, was mache ich neu? Wie finde ich jetzt neue Kunden? Und wie hast du das dann gefunden? Ich bin in die Vintage-Richtung gegangen. Also Vintage-Läden und mit Kooperationen wird es jetzt schon langsam wieder mehr. Und online kann man deine Sachen machen? Genau. Ich habe einen Webshop. Den die Oma ja nicht hatte vermutlich. Genau. Den die Oma nicht hatte. Online ist ein Stichwort auch für die Melanie, gell? Ja, genau. Die junge Generation. Das, was die Älteren ja gar nicht konnten, weil es ja mitunter gar kein Internet gab. Bei deinen Großeltern zum Beispiel. Ja, bei uns ist das früher nur mit Mundpropaganda gegangen eigentlich. Meine Eltern, weil wir haben ja auch Direktvermarktung. Und so hat die Mama eigentlich Frischkäse verkauft. Und durch die Erdbeeren auch. Sind die Leute sowieso ins Haus gekommen, weil wir haben das Erdbeerfeld eigentlich direkt hinterm Haus. Und so hat sich das dann langsam entwickelt, dass das mit der Direktvermarktung immer mehr geworden ist. Und so kann ich jetzt eigentlich auch schon dabei sein. Und du hast auf online umgestellt. Das heißt, man kann eure Produkte auch online bestellen? Noch nicht. Noch nicht. Aha. Das ist nicht so einfach wahrscheinlich, ne? Nein, wegen, weil es ja frische Produkte auch sind. Wo seid ihr zu Hause? In Gerassdorf. Okay. Und jetzt haben die Eltern, deine Eltern haben damals von der Rinderzucht auf Schafzucht umgestellt. Ja, genau. Und haben dann festgestellt, es geht besser, funktioniert besser. Das heißt, du wirst nicht mehr viel umstellen, sondern dabei bleiben. Aber was du heute weißt, ist, du wirst den Betrieb übernehmen. Ja, auf jeden Fall. Weil du bist ja nur jung. Du bist 21. Ja, 21, ja. Da wird sich nichts mehr, die Eltern wissen, sie können sich auf dich verlassen. Ja. Genau. Da sieht man dich als Kind mit einem Lämpchen. Damals hast du schon gewusst, was du einmal machen möchtest. Ja, ich war schon immer. Also, die Mama hat uns immer mitgenommen, wenn wir draußen irgendwo waren. Wir waren eigentlich immer dabei und haben nebenbei halt gespielt. Von klein auf haben wir eigentlich den Bezug zu der Landwirtschaft gehabt. Du, und was sagt dein Freund dazu? Ja, der ist auch mit Leib und Seele ein paar. Ach so. Also, der lebt für die Landwirtschaft. Das ist wichtig, gell? Weil nicht immer spielen die Partner mit. Und, wie in deinem Fall, ist es ja auch bei der Christine gewesen, oder Christina gewesen. Du hast ja auch zuerst quasi einen anderen Beruf gesucht, bevor dann doch das Herz irgendwie gewonnen hat. Ja, das war eigentlich recht interessant. Also, meine Eltern haben für ein Tierkrematorium in der Südsteiermark. Das erste war das, glaube ich, gell? Genau. Wo sind das zu finden? Jetzt ist es in Lebring in der Südsteiermark. Und im Jahr 2002, da war ich Teenager, haben meine Eltern den Entschluss gefasst, dass sie ein Tierkrematorium gründen, dass sie eins bauen. Und das war damals in Österreich nicht weit verbreitet, bei uns sowieso komplett neu. Gar nicht, glaube ich. Nein, überhaupt nicht. Und ist dementsprechend alles, was neu ist, wird natürlich auch kritisch betrachtet und auch belächelt. Und, wie gesagt, ich war damals Teenager und das war wirklich eine harte Zeit am Anfang. Das ist einem eh alles beinlich, oder? Ja, eigentlich sowieso eine schwierige Phase im Leben. Und ich muss auch sagen, meine Eltern haben das wirklich aus dem Nichts heraus gegründet. Also, der Papa war vorher in der Reisebranche, die Mama war Hausfrau. Und wir haben einen sehr engen Bezug zu Tieren immer gehabt. Und dann ist uns eine Katze gestorben und wir haben die beim Tierarzt gelassen und haben dann darüber nachgedacht, so, was passiert jetzt eigentlich mit der Katze? Und so ist dann die Idee dann irgendwie entstanden. Und Mama und Papa haben gesagt, so, wir probieren das. Und haben nach zwei Jahren Behördenweg das dann auch machen dürfen und können in Landschau. Das ist ein bisschen südlicher von Lebring, wo wir jetzt sind. Und ich bin nach der Schule eigentlich kurz studieren gewesen und bin dann eigentlich zur Polizei gegangen, weil es mir wichtig war, dass ich einen Beruf machen kann, wo ich mit Tieren arbeiten kann. Und ich wollte unbedingt immer einen Diensthund haben. Das war so der kleine Mädchentraum. Und irgendwie ist es dann so gelaufen, dass ich dann irgendwie immer mehr geholfen habe in der Firma unten bei meinen Eltern. Also wir haben das zusammen durchgehalten, diese Zeit. Das war wirklich hart. Also der Papa hat zum Beispiel in kein Gast, dass man gehen kann, zu Freunden. Er ist ausgelacht worden. Mich haben die Kinder ausgelacht. Ja, deine Eltern tun jetzt Tiere verbrennen. Und Scherzanrufe mitten in der Nacht, wo jemand angerufen hat und gesagt hat, ich habe jetzt für die, ich habe ein Schafherden zum Abholen. Entschuldigung. Das war so. Aber wirklich, also tief teilweise. Und wir haben uns da aber wirklich durchgekämpft und zusammengehalten. Und haben dann 2000, also es ist dann so, ich habe dann meinen Mann kennengelernt, der ist bei der Feuerwehr, die Polizei, so haben wir uns kennengelernt. Und in Lebring unten. Und das war dann so, dass er dann angefangen hat, immer ein bisschen zu helfen, weil der Papa gesundheitlich auch schon schlechter drauf war. Er hat dann unten ein bisschen geholfen, ich dann auch. Ich habe unten geholfen, der Mama zu putzen, die Buchhaltung ein bisschen machen, obwohl ich in Mathe eine Katastrophe bin, habe ich es probiert. Und dann, 2018, ist die Frage gewesen, was tun wir jetzt? Verkaufen wir? Weil der Papa hat das nicht mehr, die Hunde heben und so weiter, nicht mehr geschafft. Und das ist gut gegangen? Also das war, ja. Ja, ich meine, bei uns ist es so, wir machen das, ich meine, natürlich muss man als Betrieb überleben. Das ist klar, das weiß jeder von uns. Aber bei uns geht es wirklich, wir machen das aus Liebe zum Tier. Ja, und das ist leider mittlerweile eine Branche daraus geworden, aus der Tierbestattung. Das war damals nicht so, aber bei uns ist das nach wie vor als Liebe zum Tier. Ich bin mit Tieren aufgewachsen, ich habe selber 14 Tiere daheim. Also, ich meine, ich zähle meine Hühner auch dazu. Für mich ist alles und ich... Und die Spinnen. Nein. Aber für mich ist jedes Tier hat seinen Charakter und hat seine Lebensgeschichte. Und es gibt, wenn die Menschen dann zu dir kommen, die ein Tier verloren haben, ja, dann hörst du so viele Geschichten, du hörst, es gibt Tiere, die sind Lebensretter gewesen, die sind Kinderersatz gewesen. Heute erst wieder war ein Mann bei uns, der seinen Hund verloren hat, der hat keine Partnerin mehr, keine Kinder. So, das ist mitunter ein... Der kommt nach Hause und ist allein. Und irgendwie ist das dann so gekommen, dass man gesagt hat, was tun wir jetzt, verkaufen wir. Und wir haben dann gesagt, nein, mein Mann und ich, machen wir weiter. Wir probieren es. Und hast du dann oder habt ihr was verändert? Weil du bist ja nach wie vor Polizistin. Ich bin noch Polizistin, Teilzeit. Teilzeit, bin jetzt mittlerweile karenziert. Also ich mache auch eine kleine Pause, um voll und ganz für die Firma da zu sein. Und Eltern leben noch. Ja, die unterstützen uns auch nach wie vor. Es sind die Eltern von Christian bei uns dabei, die Brüder, die Freundin vom Bruder, unsere Kinder. Du, aber ich frage mich jetzt, sterben dort so viele Tiere, weil alle mithelfen, oder? Es gibt viele Aufgaben. Man muss denken, wir haben dann 2018 uns entschlossen, im Zuge der Übernahme neu zu bauen. Ah. Haben dann in Lebring, in der Südsteiermark, neu gebaut. Das war das größte Krematorium von Österreich, ist es auch heute noch, wenn man von den Anlagen her spricht. Und wir haben als Erste die Möglichkeit geschaffen, dass man Großtiere einnäschen kann in Österreich. Also Pferde zum Beispiel. Und da wir jetzt natürlich Pferde aus ganz Österreich und auch im Ausland teilweise abholen, muss man flexibel sein. Das ist dann wieder der Vorteil eines Familienbetriebes, wo man sagen kann, okay, wir haben ein Pferd zu holen in Tirol. Komm, Papa, setz dir ins Auto, fahren wir los. Und dann holt sie das tote Pferd. Genau, ja. Du, als du beschlossen oder als ihr beschlossen habt, umzubauen, was haben da die Eltern gesagt? Haben sie gemeint, das wäre vielleicht nicht notwendig, weil man dann doch neu investieren muss? Es wäre gelogen, es gibt keine Familie, wo nie gestritten wird. Das kann es nicht sein. Und auch bei Familienbetrieben, wenn zwei Generationen aufeinandertreffen, wird es immer unterschiedliche Ansichten geben. Das ist ja schon in einer Beziehung so, dass mein Mann und ich nicht immer an der Meinung sind. Aber ich finde es ganz gut, dass man vielleicht andere Blickwinkel hat. Und wir haben sehr viel verändert, modernisiert, auch in den sozialen Medien natürlich. Die Mama vorher, die hat damit nichts anfangen können. Das ist bei euch, glaube ich, das Gleiche. Also es hat sich viel verändert, allein durch die Pferde. Man spricht eine ganz andere Bevölkerung. Für die Landen. Ja, genau. Du darfst ja fragen, was sowas kostet, also wenn man Katze oder Hund quasi einischern lässt. Das richtet sich bei uns nach dem Gewicht des Tieres, wobei Katzen, das ist unabhängig vom Gewicht, das kostet bei uns 140 Euro. Und Hunde je nach Gewicht? Ja, das steigert sich dann je nach Gewicht. Wobei... Ja, Entschuldigung, dann kriegt man eine Urne. Wenn man möchte. Wenn man möchte, kann man eine Urne haben. Ist auch das Gängigste eigentlich. Da gibt es sehr viel. Wir haben vier Sammelgruften in der Steiermark. Meine Eltern haben einen Friedhof für Mensch mit dir in einem Buchenwald. Und es gibt da viele Leute, die sagen, wir haben zum Beispiel einen Steinadler, einer schon dürfen vom Dachstein, den Ivan, der wirklich bei der Falknerin dort gelebt hat, vom Dachstein. Und den haben wir eine schon dürfen und uns hier die Asche am Dachstein verstreut. Oh, also da gibt es viele, viele Geschichten, wo man dann wirklich, das bleibt dann. Weil du gesagt hast, ein bisschen umdenken, viele Dinge, die man so macht. Ihr habt ja etwas gemacht, Io und Ichi, was ja eigentlich gerade auch in der Sterbe geht, wahrscheinlich neu ist, aber überhaupt der Zugang relativ neu ist. Ihr habt ein Gasthaus für die queere Community geschaffen. Ein queeres Hotel. Es war schon einfach ein Herzenswunsch von uns, ein Safe Space zu haben, wo Menschen sich ganz wohl fühlen und nicht hinterfragt wird, mit wem sind sie zusammen, wen lieben sie oder wie schauen sie aus und so. Und das hat uns dann immer mehr beschäftigt und wir sind der Überzeugung, man braucht das. Noch. Also es ist für uns auch durchaus, es ist natürlich auch ein queerpolitisches Projekt. Es geht auch darum, viele von euch, wie ihr im Land lebt, ihr habt sicher Freunde, die queer sind und die irgendwie fluchtartig das Land verlassen haben. Und in die Stadt, weil in der Anonymität der Stadt hat man sich einfach schneller, also ich persönlich, genau, wir beide, ist uns beiden so gegangen. Und wir sind dann da aber rausgekommen und haben halt gemerkt, einerseits wir lieben die Natur, wir lieben das, da draußen zu sein. Und wir wurden auch unglaublich toll aufgenommen, eben von der Dorfgemeinschaft, nie verurteilt. Aber trotzdem gilt es da auch, Aufklärungsarbeit zu machen und wir stehen ja auch für die Sichtbarkeit des Ganzen. Und gleichzeitig auch unsere Community einen Ort zu bieten, wo sie sicher weiß, dass sie sich wohlfühlen kann. Und wir das auch, dieses tolle Gefühl, auch teilen dürfen. Dass es, zumindest in Teilen Österreichs, die Gesellschaft am Land genauso offen, willkommen, heißend ist wie auch in der Stadt. Und dass es da einen Rahmen gibt. Jetzt hast du was Interessantes gesagt. Also die gehen in die Stadt, weil sie sich dort quasi mitunter nicht verstecken können, sondern man ist in der bunten Stadt, fällt man vielleicht nicht so auf. Aber warum sollen die zu euch kommen, aufs Land? Weil es schön ist, dass wir auch auf dem Land leben dürfen. Und wir dürfen die Natur genießen. Weil wir alle brauchen die Natur. Wir brauchen die Natur. Weil wir Teil der Natur sind. Es ist ja so, dass wir uns wurde, bis zu unserer, und das passiert leider immer noch, wir haben das auch, merken das auch noch in so einem erweiterten Bekanntenkreis, dass queeren Menschen oft gesagt wird, ihr seid unnatürlich. Und dadurch entsteht auch eine innere Entfremdung zur Natur, weil man sich nicht als Teil der Natur sieht. Und das ist ein Prozess, den wir gehen wollen, dürfen, müssen, dass wir diesen Weg auch der Natürlichkeit wieder zurückfinden. Und uns auch natürlich in der Natur sein dürfen und auch da zu Hause sein dürfen. Seit wann habt ihr geöffnet? Seit ein paar Monaten erst. Das heißt, mehr oder weniger nagelneu. Und es waren schon Gäste aus der Kviren-Community da? Ja. Etliche. Und wir haben auch schon internationale Buchungen bei uns, wo wir wirklich sprachlos waren, wie uns ein Herr aus San Francisco geschrieben hat und für September schon seinen Aufenthalt gebucht hat, weil er gesagt hat, wenn ich jetzt nach Österreich komme, dann muss ich zu euch kommen. Und habt ihr einen guten Käse und einen guten Wein? Ja, haben wir schon, aber da haben wir immer Lust, Neues kennenzulernen. Für uns ist das irgendwie, das Regionale ist uns was ganz Wichtiges. Weil bei der Julia übernachten kann man ja bei euch logischerweise und bei der Julia auch. Also habt ihr das schon gehabt, als der Papa noch gelebt hat oder habt ihr das dann als Familie mehr oder weniger erweitert? Ja, wir hatten es eigentlich schon, als der Papa noch gelebt hat. Und wir haben vor elf Jahren, also meine Eltern haben eigentlich vor elf Jahren noch mal ganz neu gebaut. Und ja, die Thematik war halt, wir wollten was schaffen, wo man eben essen kann, trinken kann, schlafen kann. Und das ist wichtig, wenn man zu viel Wein getrunken hat. Genau, das war das Thema. Mittlerweile haben wir auch sehr viele Feiern dazu bekommen. Also wir haben sehr viele Hochzeiten im ganzen Jahr über. Und was ich bis jetzt einfach immer noch so herausragend finde, dass das eigentlich meine Eltern in der ersten Generation schon auftaucht haben. Wenn Michael Jackson im Radio läuft, hast du immer ganz besondere, so, wie soll ich sagen, da passiert was. Genau. Also Michael Jackson-Fan bin ich seit fünf Jahren. Und der Papa war auf zwei Michael Jackson-Konzerte. Und es war bei uns immer so, wenn wir Weile-Wifern waren, es ist auf der Heimreise quasi Michael Jackson gelaufen. Also ich kann, glaube ich, jedes Lied auswendig. Und weiß ich nicht, ob es mich jetzt als höhere Macht bezeichnen kann. Aber wir haben, glaube ich, eine Runde, wo viele, glaube ich, der Tod miteinander verbindet. Und das ist dann halt ganz wichtig, der Zusammenhalt in einer Familie. Und es hat Momente gegeben in den letzten drei Jahren, wo man dann echt oft dachte, natürlich, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Witzigerweise oft dann läuft wirklich im Radio Michael Jackson. Also wenn du gerade nicht kannst, wenn es dir ganz schlecht geht. Wenn man denkt, es geht wirklich nicht mehr, dann... Ja. Vielleicht ist es auch Einbildung. Ja. Aber es verbindet. Was immer es ist, aber es ist da, ne? Ja. Wir haben auch oft das Gefühl, die Oma... Ja, schon, ja. Wenn es mal nicht geht, dann ist die Oma irgendwo... Was passiert dann? Es ist ein Gefühl. Es ist nur ein Gefühl. Es ist ein Gefühl. Die Oma guckt uns zu und... Und findet es gut, was wir machen. Und dann passiert irgendwas, womit wir nicht gerechnet haben. Und das gibt uns dann wieder die Kraft und den Mut, da weiterzumachen. Und sagen, ach, wir können eigentlich nicht mehr. Ja, er ist wochenlang durchgearbeitet und irgendwie... Und dann ist irgendwas, es mag man, es kann ein Geruch sein. Das kann wie bei dir ein Lied sein. Das kann, ich weiß nicht, hat jeder so... Ich glaube, es ist eine ganz persönliche Erfahrung. Ich auch, wenn ich so den Hänger habe und mir denke, nein, ich hau den Hut drauf. Ich sperre das jetzt alles zu. Dann kommt irgendwie eine Bestellung aus Hollywood. Das war für mich so der... Oh, Hollywood! International Hollywood! Ja, sowas. Und dann, okay, ich mache weiter. Aber die Oma hat schon eigentlich... Also, wie soll ich sagen? Ich meine, klar, du hättest auch der Mama wegen... Aber die Oma hat schon eine wichtige Rolle gespielt in deinem Leben. Ja, auch mein Opa hat eine wichtige Rolle gespielt. Der hat das nämlich von seiner Ur... Also, meiner Uroma übernommen. Meine Uroma hat das damals gegründet und mein Opa hat das übernommen. Und meine Oma war immer die Grande Dame neben meinem Opa. Er, der Businessman, sie ist für die Partys zuständig. Und hat sich aber auch um uns Kinder gekümmert, ganz liebevoll. Und deswegen auch der Zusammenhalt. Und dann ist mein Opa so kurzfristig auch so schnell gestorben. Und meine Oma war dann da und so... Und jetzt? Die hat nicht einmal einen Erlagschein ausfüllen können. Die wusste gar nichts. Und dann ist halt die Familie... Und das ist das Schöne an einem Familienbetrieb eingesprungen. Mein Onkel, meine Mama, ich habe mitgeholfen, mein Bruder. Und dann geht das Rad halt weiter und dann sucht man Lösungen. Und wenn einmal für das Kind... Also, wenn du jetzt im Stress bist und wer springt die Mama ein? Meine Mama. Ich glaube, das ist das, Melanie, was du auch kennst aus der Großfamilie. Wie viele Menschen leben bei euch am Hof? Vor fünf Sammelzer. Also die Großeltern, meine Eltern und ich. Aha, und die Schwester nicht mehr? Nein, die ist schon ausgezogen. Und wieso wollte die Schwester nicht übernehmen? Die hat nie so das Interesse gehabt. Weil du halt doch wirklich immer angehängt bist und auf die Nacht in den Stall gemusst. Und das 365 Tage im Jahr. Ja, da kann man nicht auf Urlaub fahren, nicht wirklich. Also kann man schon, aber nur wenn wer kurz übernimmt. Genau, das war eigentlich auch ein Grund. Und ich kann auch sehr gut mit der Mama zusammenarbeiten. Da hat sie sich auch vielleicht ein bisschen schwerer da. Und mit dem Papa geht es auch? Ja, aber in der Direktvermarktung, das mache ich eigentlich mit der Mama immer am Vormittag gemeinsam. Und der Papa macht eher das am Ackerbau. Also arbeite ich eigentlich immer mit der Mama zusammen. Und was ist das Schöne, dass alle im Haus sind? Man ist einfach nie alleinig. Man hat immer wen zum Trotschen. Man ist nie alleinig. Denkst du manchmal schon so ein bisschen in die Zukunft? Also wie stellst du dir das vor, wenn ihr mal Kinder habt? Also ich möchte einmal haben, dass es wäre, also es wäre schön, wenn es dann einmal weitergeht. Aber sonst habe ich noch keine so genauen Vorstellungen. Aber du bist wahrscheinlich schon ein bisschen entspannter, wenn du dir denkst, wenn du mal Kinder hast, wird wahrscheinlich auf deine Kinder geschaut. Also weil dann, so wie bei dir, werden wahrscheinlich auch die Großeltern mal geschaut haben, oder? Ja, genau. Nein, das ist schon schön. Das kann ich mir schon schön vorstellen. Also du weißt ja, wie man umgeht. Du kannst den Käse auch vermutlich machen, oder? Ja. Genau. Weil bei der Julia war es schon manchmal so, dass du gedacht hast, wie hätte es der Papa gemacht, gell? Genau. Das denkt man sich sehr umzuteuern, ja. Weil man gelernt hat das Jahr in der Weinbauschule, nicht? Es war das erste Jahr natürlich, du hast tausend Fragezeichen im Kopf und denkst dir, wo, wie, was, wann. Und natürlich, ich bin dann wirklich am zweiten Tag an meinem Keller durchgegangen. Ich war halt noch nicht so im Keller involviert. Mein Gedanke war halt immer so, bis 30 schaue ich mir noch unsere Gastronomie an, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Und genieße noch meine Jugend. Da um mich 30. Papa, dann darfst du mal so im Keller zeigen. Also wirklich schrittweise, so wie man es sich auch da vorstellt in der Regel. Ja, es ist dann anders gekommen. Mit 27 bin ich dann eben da gestanden. Also wir, als Familie, ja. Bin in den Keller gegangen, zwei Tage danach. Und wusste zum Teil nicht mal, welche Wein in welchem Tank ist. Also durch Kosten, durch Aufzeichnungen. Schulkollegengle, alle angegriffen. Alle natürlich, wir helfen da. Auf jeden Fall. Keine Frage. Das erste Lesen war für mich, das war die größte Herausforderung. Das war der Sitz da auf den Nadeln. Einerseits haben wir Glück im Unglück gehabt, wie das passiert ist. Die Weingärten waren noch nicht so weit. Also es war im Frühjahr, es war im April. Und trotzdem denkst du dir, die Lese rückt immer näher. Wie tust du es? Natürlich, mein Bruder hat mir dann auch viel gesagt, wie es der Papa gemacht hat. Und grundsätzlich ist es so, der Keller gehört vorbereitet. Es gehört als geputzt, es gehört als gereinigt, es gehört als hergericht. Weil wir dann einfach extrem vom Wetter abhängig sind. Und Hausnummer Hagel. Sofort alles rein. Also das sind diese Dinge, an die man dann denkt. Na, die Natur gibt den Takt vor. Ja, und ich habe dann Gott sei Dank Schulkollegen gehabt. Die haben mich angerufen. Ja, Entschuldigung, wir sind schon zu Hause. Heuer, Lese, wir helfen da. Super. Also ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sage. Also ihr habt keine Maschinen? Oder wie heißen diese? Wir lesen schon großteils maschinell, auf alle Fälle. Aber es sind ja diese ganzen Abläufe im Keller. Ja, ja, ja. Ich habe es gelernt, ja. Aber die Praxis ist nunmehr ganz andere. Ich glaube, das wisst ihr alle. Ja, und die waren dann da. Haben mir drei Tage intensiv alles nochmal von Grund auf erklärt. Also ich werde ihnen das, ich weiß nicht, ob ich ihnen das jemals druckgeben kann. Mit Wein. Mit Wein. Ja. Wir haben eh schon genug trunk gehabt. Alles nochmal ganz genau niedergeschrieben. Und deine Mutter ist ja auch im Betrieb. Aber die hat das auch nicht gewusst. Die war für andere Sachen zuständig. Die war die Köchin, ist immer noch die Köchin. Wie es halt oft so ist. Also ich muss sagen, wir haben aus dem wirklich sehr, sehr viel gelernt. Natürlich steht es dann da, wie ist was geregelt. Und jetzt ist es von unserer Seite eigentlich so gut wie alles geregelt. Weil ein zweites Mal, das wirst du nicht mehr durchgehen. Und du hast schon, ich habe große Augen gemacht, als Kind konntest du schon die einzelnen Sorten unterscheiden. Beziehungsweise die Weine unterscheiden. Ich bin total geruchs- und geschmacksaffin. Also ich rieche oft sogar, wenn wer bei uns wäre, im Lokal reinkommt und der hat ein ganz eigenes Parfum. Weiß ich auch. Bis da. Ja. Da bin ich sehr. Das habe ich von Papa. Und was ist dein Lieblingswein? Meine junge Gräfin. Ist was für ein Wein? Das ist ein Cuvée aus Vitlinamülle, Durga und Tramina. Den mache ich wie unsere Gräfin. Der wird einzeln gelesen, gemeinsam dann verarbeitet. Also cuivetiert die einzelnen Weine. Und ich lasse dann den Wein fast drei Monate auf der Feinhefe. Die Feinhefe wird immer wieder aufgerührt. Und in der Regel fülle ich die junge Gräfin Juni, Juli ab. Ich habe dann noch ungefähr halb, dreiviertel Jahr Flaschengärung. Und dann kommt sie in den Verkauf. Und was macht dein Bruder in Betrieb? Ja, mein Bruder ist eigentlich auch so wie ich. Also der ist überall, wo es noch geht. Wir machen zu zweit eigentlich den Keller. Er macht mir auch Gott sei Dank alle Traktorarbeiten. Also da bin ich ihm wirklich mehr als dankbar, weil Traktor fahren ist nicht so meins. Ich könnte sicher, aber er liebt Traktor. Also er ist immer schon Traktor gesessen. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr und Mitarbeiterinnen? Nicht viele. Also die Mama in der Küche. Und dann haben wir noch eine Mitarbeiterin in der Küche. Ein Zimmermädchen. Und ich habe jetzt mittlerweile als Büro und zum Teil Buchhaltung übernommen. Betreiber der sozialen Medien. Ja, sage ich immer Vormittags-Winzerin, Nachmittags-Gastronomen. Ja. Und Single. Und Single, ja. Jetzt hast du aber kurz überlegt. Ja, Nach-Single, sagen wir mal so. Wenn du jemanden kennenlernst, dann wäre es natürlich praktisch, wenn dieser jemand auch Interesse hätte für Wein und Gastronomie. Ja, wobei ich zwinge es keinen auf. Mir ist es ja auch nie aufgezwungen worden, dass ich den Betrieb übernehme. Und man muss natürlich, wie soll ich sagen, man sollte es seinen Kindern schmackhaft machen. Und es ist ein Privileg, einen Familienbetrieb weiterführen zu dürfen. Ja, es heißt ja so oft, naja, du setzt dir ernst gemacht, dein Nest. Aber so ist es ja nicht. Auf Kaffee. Also ich meine, man muss ja dann... Auf Kaffee, es ist viel Arbeit, viel Herzblut dahinter. Also das war für mich auch, wie die erste Flasche Wein in der Hand gehalten habe. Und ich dachte, da sind wir im Weingarten gestanden im Sommer. Das haben wir runtergepresst. Das haben ich und mein Bruder produziert. Und jetzt ist es in der Flasche. Und es schmeckt. Also das war für mich echt das Erste. Ja, Erfolgserlebnis. Wird es schmecken. Das muss schmecken. Weil du hast ja nicht nur eine Verantwortung gegenüber, wie sie sagen, dem Betrieb, Mitarbeitern, auch gegenüber Gästen. Die natürlich immer die Linie vom Papa kannten. Und dann bist du da und hast noch nicht die Erfahrung. Die eigene Handschrift. Genau. Und gibt es auch Streitereien? Ich glaube, die richtig große Herausforderung in einem Familienbetrieb ist einfach, dass man das Private vom arbeitstechnischen trennt. Mit dem Bruder natürlich immer mal wieder Streitereien. Böser Bruder, böse Schwester, wie es jetzt so ist. Da geht es darum, wer was zu machen hat. Oder sind es so Investitionen oder alles zusammen? Es geht mehr um das, wenn ich ihm quasi was anschauffe. Nein, wirklich, ich muss das jetzt machen. Also es ist so die Chefin, die große Schwester. Also ja, das ist mehr das. Aber du wärst die Chefin. Ja. Ja, genau. Wer ist denn bei euch der Chef? Die Leute sagen immer, er ist der Chef. Nein, das ist das Selbstzimmer. Wer sind, wie soll ich sagen, beide Eigentümer zu gleichen Teilen. Aber wer macht was? Also wer steht in der Küche? Du, Ijo. Ja, ich koche. Ich stehe hinter der Bar. Ich mache die Betten schön, mache die Zimmer, macht viel Hosting. Ich kenne mich um den Garten. Und sonst, wir versuchen uns da auch einfach zu ergänzen und das halt gemeinsam so zu machen. Zu schaukeln, wie das halt geht. Und mal muss man das andere mehr machen und mal das andere weniger. Das ist halt so. Aber es schweißt uns ganz schön zusammen. Also das ist eine Herausforderung, aber das tut unsere Beziehung auch gut. Also dass wir gemeinsam eine Verantwortung haben und das Miteinander teilen, darüber diskutieren, uns zusammensetzen und sagen, wie machen wir das denn jetzt, dass man das nicht allein machen muss. Also allein hätten wir das eh nie gemacht. Ich hätte das nie gemacht ohne dich. Also das war, also dann lieber verkaufen. Also alleine, es ist auch alleine da aufs Land zu ziehen, das hätte ich mich auch vor vier Jahren nicht getraut. Sondern das ist eher etwas, wo ich sage, das ist eine gemeinsame Herausforderung und da stellen wir uns. Und ich meine, unser Haus, wir haben es ja vorhin gesehen, es ist riesig. Und wir haben das alles von Hand selbst renoviert und schön gemacht. Und das ist, das braucht einfach Zeit. Und kaum ist man mal bei so einem alten Haus, wenn man am einen Ende fertig ist, ist es auf einmal am anderen wieder auch. Aber das ist, glaube ich, auch, das ist, gerade in der Gastronomie ist das so und in der Hotellerie, dass man immer wieder machen muss und investieren muss, oder? Ja, ja, sowieso. Das ist jetzt schön. Das habt ihr drauf gemalt, oder was? Ja, das sind alte Tapeten, die haben wir auf dem Dachboden gefunden, weil die Oma hat überall in den Zimmern Tapeten und wir haben die meisten auch aufgehoben in den Zimmern. Und die Reste haben wir jetzt in Dreiecke geschnitten und haben die angefangen, aufs Haus zu kleben. Und da entsteht so ein Pattern und das Pattern ist, das ist jetzt ein Projekt, das ist ein Prozess und der wird heuer dann im Rahmen des Grazer Designmonats präsentiert. Und zwar ist es, wir bezeichnen es The Wall of Queer Fame. Und das ist, jedes Dreieck steht für eine berühmte Persönlichkeit aus der queeren Geschichte. Und quasi die Lücken, die da drin sind, sind die vielen Vergessenen, die nie in der Geschichte verankert werden konnten, weil einfach aufgrund der gesellschaftlichen Situation, die in ihrer Zeit nicht gesehen oder nicht wertgeschätzt oder eingesperrt oder verbrannt oder ermordet wurden. Das ist ja noch nicht, wir dürfen ja noch nicht lange ein Gasthaus haben, sozusagen. Das hätte man früher am Land nie akzeptiert. Nein, vor allem, es tut sich was. Man spricht immer vom Wirtshaussterben, gerade in den kleinen Ortschaften. Früher hat es alles gegeben. Wirtshaus, Kneipe. Genau, Fleischhauer, Bäcker, Kreisler. Das ist ja alles weggebrochen. Ja, wenn man sich überlegt, in unserem 400-Seelen-Dorf hat es vor 100 Jahren, glaube ich, noch fünf Gasthäuser gegeben. Ja, 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 ja. Und heute gibt es uns. Heute gibt es uns. Und viele werden sagen, Gott sei Dank, dass sich was tut. Ja, die kommen auch gern zu uns. Also das ist schön, das Dorf trifft sich bei uns. Ja, und man muss auch dazu sagen, dass sich auch die Behörden, die haben uns auch wirklich tollst unterstützt. Das ist schön. Weil es gab da eben, wie du gesagt hast, dieses Gasthaussterben. Das war ja auch ganz vieles ist da passiert, weil zum Beispiel die Auflagen immer höher und immer unumsetzbarer wurden. Bis dann da auch ein Umdenken gekommen ist, dass sie gemerkt haben, ja, wenn wir das jetzt so weitermachen, dann ist unsere schöne Landschaft ohne Gasthäuser, da kommt kein Mensch mehr. Das liegt auch in dem Ermessen, dass sie ein paar Auflagen weniger streng machen, wenn man zum Beispiel in einer infrastrukturschwachen Gegend ist. Und das ist halt, aber das war nicht immer so, sondern da gab es auch mal etliche Behördenaufseher, die wollten unbedingt, dass das so nach Punkt und Komma umgesetzt wird. Und dadurch sind halt ganz viele Betriebe auch eingegangen. Auch in der Familie. Das haben wir auch, also da das die nächste Generation sich gar nicht getraut hat. Mir haben das auch alle gesagt. Die haben mir alle gesagt, ach bist du wahnsinnig, wenn du das übernimmst, ja, dann musst du so viel investieren. Und wir sind einfach hingegangen und haben gesagt, schauen Sie, wir sind da in diesem kleinen Dorf, wir würden das gerne machen. Und dann haben die uns wirklich tatkräftig unterstützt dabei, dass wir alles den österreichischen Namen entsprechend umsetzen können und uns trotzdem nicht komplett übernehmen. Es ist, ein Wirtshaus steht und fällt mit der Betreiberin. Richtig. Und mit der Küche natürlich. Und mit der Küche. Gute Küche geht überall. Fahren die Leute hin, Kilometer weiter. Und da braucht es jemanden, der sich einfach engagiert, der dann dasteht. Und es fehlt, glaube ich, eher daran. Es ist schon eine Überwindung. Und auch wie alle Kolleginnen heute hier sagen, und es ist ja ganz toll, dass nur Kolleginnen da sind. Wenn man selbstständig ist, man muss immer viel, viel mehr geben. Und das dauert Jahre, bis da irgendwas zurückkommt. Und darauf muss man sich halt einlassen. Und was kochst du? Ich versuche die besten Zutaten zu bekommen, regional, biologisch und das, was es gibt. Und da muss man dann oft gar nicht so viel tun, sondern da geht es eher um ein paar Zaubertricks. Und ich koche immer saisonal, das heißt, ich schaue selten in ein Kochbuch. Ich gehe auf den Markt und schaue, was es gerade gibt und daraus wird es dann was geben. Und keine Erdbeeren im Winter. Nein, keine Erdbeeren im Winter. Rote Rüben im Winter statt Erdbeeren. Richtig. Weil die gibt es, Melanie, bei euch auch eben. Also ihr habt so Monate, da tut sie weniger. Ja. Ja, wann ist denn das? Das ist von November an bis Ende Jänner. Okay. Und weil wir haben eine saisonale Ablammung bei den Schafen. Und im Februar geht es dann wirklich rund, weil da kriegen wir dann die ganzen Lämmer. Und da tut sich schon einiges im Stuhl, weil da muss man wirklich dahinter sein. Das heißt, um die Weihnachtszeit herum habt ihr ein bisschen Luft. Ja, da müssen wir eigentlich nur in der Früh in den Stall gehen zum Füttern. Und da nutze ich eigentlich immer die Zeit, dass ich auf andere Betriebe gehe. Und mir da vielleicht auch was anschaue, was ich für meinen Betrieb selber brauchen kann. Spionage. Nein, ich war schon ein paar Mal in einer Käserei auch. Und das hat mir selber für den Betrieb eigentlich schon viel gebracht. Und in der Käserei vor allem. Na klar, und das ist ein Trend. Also dieses Saisonale, was ja euch jetzt auch entgegenkommt. Ich meine, natürlich Corona schrecklich und Pandemie furchtbar. Aber das Umdenken, was du, ich glaube, du hast irgendwie gesagt, oder hat Itchi gesagt, haben die Leute dann sich besonnen? Man muss dem, ich versuche auch, das einfach auch so zu formulieren, weil mir das auch ein Anliegen ist. Es wird dem immer, das wird auch oft nur verteufelt, diese Corona-Zeit. Aber sie hat uns auch, finde ich, auch, sie hat uns an unsere Grenzen gebracht und uns auch die Chance gegeben, uns neu zu orientieren. Und umzudenken. Oder umzudenken. Und es wird kein Vor-Corona mehr geben. Es wird nie wieder, sondern wir haben jetzt die Chance, uns in die Zukunft zu schauen. Mit der Erfahrung, die wir gemacht haben. Und das kann immer gut gehen oder auch nicht. Also was weiß man schon. Also Caroline, weil du immer gesagt hast, oft hast du dir überlegt, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und dann kommt der andere aus Hollywood. Wer war denn das überhaupt? Es war nur eine Bestellung aus Hollywood. Ich dachte, ich bin ganz klar. Ich weiß nicht. Und was ich dich vorher schon fragen wollte, weil wir eingeblendet gesehen haben, die schöne Tasche. Was kostet so eine Tasche? Man sieht dich ja auch auf den Märkten Belvedere. Genau, ich war am Belvedere-Markt zu Weihnachten im Weihnachtsdorf. Und eine Tasche kommt immer darauf an, wie viel bestickt ist. Es geht nach Stich. Also man zahlt nach Stich. Das ist ja was. Die zum Beispiel. Ist das eine Geldbörse? Das ist eine Geldbörse, genau. Also das ist nur so groß. Wie groß? Wie groß? Aha, okay. Und kommt schon auf 350 Euro, weil sie vollflächig bestickt ist. Ja. Es gibt aber auch dann günstige Varianten, wo nur ein Streif gestickt ist. Oder es ist halt, bei uns geht es nach Stich. Und die teuerste Tasche kommt so auf 2.700, 3.000 Euro. Okay, können sich die ganzen Liste einer verstecken. Und seit wann bist du online? Seit Corona, also das ist mein. Dein Corona-Baby sozusagen. Mein Corona-Baby. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich da viel tut. Ja, aber man muss jeden Tag auf Social Media unterwegs sein. Was ich leider nicht immer kann. Weil ich möchte meiner Tochter eigentlich nicht die Mutter vorleben, die nur so sitzt. Und daher büße ich teilweise ein. Warte, bis sie 16 ist, dann macht sie das Social Media besser, als du sie je kannt hast. Richtig, aber was heißt 16? Nicht 16, ich glaube eher so 10. Genau. Die sind so patent, die sind die kleinen schon. Und ist das die einzige Stickerei dieser Art in Österreich? Es gibt noch jemanden in der Hofburg und wir sind die einzigen zwei Betriebe weltweit. Weltweit? Weltweit. Patti Point stirbt aus. Wir sind die einzigen zwei Familienbetriebe, die das noch machen. Also es gibt nur mehr Leute, die das als Hobby machen. Da bräuchte es wirklich so einen Hollywood-Film, wo irgendeine das trägt. James Bond. Zum Beispiel, ja genau. Und dann hast du ausgesorgt. Genau. Oder die Ostkass. Das muss ja auch jemand machen. Also wir hatten früher 200 bis 500 Stickerinnen in Österreich. Jetzt sind es zwei in Wien. Sterben aus. Es will keiner mehr. Weil du bezahlst sie pro Stich, nicht pro Stunde. Weil du kannst sonst für die Tasche 5.000, 10.000 Euro kosten. Hast keine Chance. Eine Handtasche dauert bis zu sechs Monate. Es ist, Patti Point ist ein halber Kreuzstich. Also wir kennen aus der Schule den Kreuzstich. Und Patti Point ist das nur so. Aber wie du gesagt hast, du hoffst, deine Tochter mit zu unternehmen. Wie ist das bei der Christina? Also meine Kinder sind im Moment acht und zehn Jahre alt. Und die haben einen ganz anderen Bezug dazu. Also die wachsen schon mit dem auf, wirklich. Auch, wie gesagt, wir haben sehr viele Haustiere daheim. Und da gehört dann natürlich leider auch der Tod dazu. Und wo andere Kinder abfangen, spielen. Meine Kinder begleiten mich ab und zu in die Firma, wenn ich die Buchhaltung mache. Natürlich gibt es Bereiche, wo ich sage, okay, da müssen sie jetzt nicht unbedingt dabei sein, obwohl wir nichts Schieches machen, aber trotzdem. Und meine Kinder, wenn dann niemand mehr da ist, setzen sie in unseren Verabschiedungsraum mit dem Stofftier und spielen, dass sie das Tier verloren haben und suchen sie eine Urne aus. Und die eine beratet die andere bei der Urnenauswahl. Aber sie werden lernen, einen anderen Bezug zum Tod zu haben. Ja. Weil dieses, wie man damit umgeht und welche Worte man findet. Nein, es ist auch insofern, sie sind auch stolz. Also wenn man das so, und das macht mich auch stolz, ja, weil wenn man das sieht, wie wir angefangen haben und wie es mir damals gegangen ist und ich war Jugendliche, unsere Kinder haben jeder ein Shirt bekommen mit Firmenlogo und eine Weste, mit dem gehen sie stolz in die Schule ab und zu. Und die denkt man dann einfach, sie müssen das dann selbst entscheiden, wenn es soweit ist, dass man jemandem sagt, du musst jetzt den Familienbetrieb bewahren, du weißt nie, wo es kommt. Aber wenn man das vorgelebt bekommt, oder wie du bei deinen Eltern, oder du beim Papa, mit welcher Liebe der im Weingarten gestanden ist, dann will man es ja vielleicht auch nachmachen oder halt auch in die Frühstapfen treten. Wobei, ich muss schon dazu sagen, unsere Kinder haben da eine völlig andere Vorstellung vom Alltag. Also wie ihr vorher gesagt habt, man setzt sich ins gemachte Nest, das habe ich auch schon wortwörtlich gehört, ja. Aber ich glaube, jeder von euch, wenn ich da jetzt so mitgehört habe, der weiß, was das bedeutet, wurscht, ob es jetzt die Gastronomie ist oder ein Handwerk oder Tiere. Es ist Arbeit und das ist nett, dass ich jetzt sage, okay, jetzt ist 17, 18 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause, danke, Wiedersehen. Das ist bei der Polizei oft so, aber in einer Bestattung überhaupt nicht. Und es rufen Leute um eins, zwei in der Früh an, weil ihr Tier gestorben ist und weil sie genau jetzt Hilfe brauchen. Und die Kinder, die kennen das, die kennen das. Mein Mann ist Berufsfeuerwehrmann gewesen, ich bin Polizistin, die kennen das nicht anders. Und deshalb, wie du sagst, werden sie vermutlich sich auch in die Richtung entwickeln. Ich glaube aber auch, dass du als Selbstständiger, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich mache mir dann manchmal Vorwürfe, soll ich sie jetzt mitnehmen, soll ich sie jetzt zur Oma bringen, soll ich sie noch in der Schule lassen. Ja, ja, es ist so dieses Aufentrafen. Sie müssen schon Abstriche machen. Das hat jede Mutter, egal ob du jetzt arbeitest oder nicht. Also ich meine, dass man oft dieses schlechte Gewissen, egal, das wird dich noch länger begleiten. Das ist einfach so. Meine Lieben, ich bedanke mich sehr für eure Zeit, das weiß ich sehr zu schätzen, weil, ich meine, Time is money, ja. Und der Betrieb braucht euch. Ich wünsche weiterhin alles Gute, viel Erfolg in allem, was ihr tut. Und ich glaube, dass so ein Familienbetrieb ja viele Chancen natürlich birgt. Und das, was halt schön ist, ist auch, dass das ein Ort ist, wo die Generationen wirklich viel voneinander lernen können mit viel Toleranz und Verständnis. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Zeit. Machen Sie es gut. Danke euch. Haben auch Sie ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt? Rufen Sie an. Meine Redaktion ist für Sie da. Die Medikation ist für Sie da. Tschüss. Untertitelung. BR 2018